Mit The Forest landete Endnight Games einen wahren Survival-Hit, der das Genre für immer verändern sollte. Am kommenden Donnerstag ist es soweit und uns erwartet ihr neues Survival-Spiel Sons of the Forest. Was das Spiel alles zu bieten hat und ob es wieder Hit-Potenzial besitzt, schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Gamers Time. Hier erwarten euch News, Guides, Reviews rund um Open World und Survival Games. Wenn ihr dazu nichts mehr verpassen wollt, dann haut jetzt gern ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich noch einmal ganz kurz eine Erinnerung an dieser Stelle an die große Restock-Aktion von Level Up raushauen. Denn gestern um 18 Uhr war es soweit. Die neue Version von Triple Green ist released. Und das Ganze wird von einer geilen 3 für 2 Aktion mit dem Code GTIME2 begleitet. Das bedeutet, ihr könnt euch drei Dosen zum Preis von zwei bestellen. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, checkt gerne einmal den Link in der Videobeschreibung ab. Und ich würde sagen, jetzt legen wir aber los mit den ganzen wichtigen Infos rund um Sons of the Forest. Am kommenden Donnerstag, dem 23. Februar, ist es soweit. Und endlich erscheint das neue heiß ersehnte Survival-Game aus dem Hause Endnight Games Sons of the Forest. Was die Fortsetzung des Vorgängers The Forest darstellt. Nach etlichen Verschiebungen steht dieser Release-Termin auch wirklich fest. Dennoch gab Endnight Games kurz vorher bekannt, dass es sich bei diesem Release auch wieder um ein Early Assess handeln wird. Das Entwicklerstudio hat sich zu diesem Schritt entschieden, da man schon bei The Forest sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat, dass das Spiel anhand von Feedback der Spieler erweitert und ausgebaut wird. Und das Ganze möchte man gerne jetzt wiederholen. Zusätzlich gibt es noch einige Dinge, die die Entwickler dem Spiel hinzufügen möchten und daher ein Early Assess für sinnvoll halten. Trotz Early Assess befindet sich natürlich die komplette Story im Spiel und der Inhalt ist auch deutlich größer und hochwertiger, als man das von typischen Early Assess-Spielen gewohnt ist. Laut Endnight Games soll Sons of the Forest zum Release ca. 30 Euro kosten. Was in meinen Augen ein vernünftiger Preis ist, wenn der Inhalt wirklich stimmt und auch gut funktioniert. So wie im Vorgänger schon ist es möglich, Sons of the Forest gemeinsam mit Freunden zu spielen. Was bedeutet, dass ihr mit bis zu sieben weiteren Freunden die Welt von Sons of the Forest entdecken könnt. Und das Ganze machen wir selbst am Donnerstag in einem großen 72 Stunden Special Livestream, bei dem wahrscheinlich Trimax, Rumatra, Reapers, Sebo, Hanky, eventuell Chef Strobel und ich am Start sind. Schaltet dazu gerne am Donnerstag ab 10 Uhr auf meinem Twitch-Kanal www.twitch.tv.gtime.tv ein. Ich werde vor dem Release von Sons of the Forest auf jeden Fall noch The Forest spielen und versuchen die Story durchzugrinden. Also wenn ihr Bock habt, seid gerne mit am Start. Um 10 Uhr am Donnerstag geht's los. Die Story von Sons of the Forest soll nach den Ereignissen von The Forest spielen. Als Teil einer Militäreinheit ist es unsere Aufgabe, einen vermissten Milliardär zu suchen. Erneut stürzen wir dieses Mal aber mit einem Helikopter auf einer scheinbar einsamen Insel ab und müssen ums Überleben kämpfen. Das Ganze kennen wir ja schon irgendwo her. Neben dem Kampf gegen die natürlichen Elemente müssen wir uns auch wieder gegen etliche Kannibalen und Mutanten durchsetzen. Soweit klingt das Ganze auch schon ziemlich interessant und vertraut, wenn ihr mich fragt. Allerdings kommt jetzt der wirklich interessante und beste Part. Denn Endnight Games hat extrem viele Änderungen und Verbesserungen beim Gameplay vorgenommen. Das grundlegende Gameplay, wie zuvor erklärt, bleibt eigentlich erhalten und somit setzt Sons of the Forest auf dasselbe Spielprinzip wie der Vorgänger The Forest. In der freien Natur müssen wir uns wieder eine Unterkunft frei nach unseren Vorstellungen erbauen, Nahrung besorgen, regelmäßig trinken und herausfinden, was es mit den ganzen Kannibalen und Mutanten auf sich hat und dabei natürlich überleben. Neu hinzu kommt, dass das gesamte Bausystem komplett überarbeitet und verbessert wurde. Denn das war in The Forest einer der größten Kritikpunkte. Mit einer Schaufel können wir scheinbar Löscher buddeln. Wofür das Ganze gut ist, ist noch nicht wirklich bekannt. Holzscheite lassen sich nun halbieren und Gegenstände können wir mit einem 3D-Drucker herstellen. Wie im Trailer zu sehen, gibt es diesmal scheinbar auch Schusswaffen wie eine Pistole oder Schrotflinte. Ich denke aber auch, dass es wieder wie im Vorgänger Bögen etc. geben wird. Eine Armbrust hat man ja auch schon gesehen. Ein weiteres neues und großes Feature ist die stark ausgebaute künstliche Intelligenz namens Veil, die nun deutlich schlauer und komplexer agieren soll, um so noch mehr Horrorszenarien zu erzeugen, als es im Vorgänger schon der Fall war. Unsere Feinde können somit nun in verschiedene Gefühlszustände gelangen, wie Angst, Müdigkeit, Langeweile oder sogar Wut. Das beeinflusst natürlich ihr gesamtes Verhalten, auch die Interaktion der Lebewesen untereinander wurde nochmal deutlich verbessert. Die neue KI ermöglicht laut Aussagen der Entwickler koordinierte und intelligentere Angriffe auf unsere Basis. Die Gegner können zum Beispiel Seilrutschen, die in unsere Basis führen, benutzen, was sie in The Forest, dem Vorgänger, definitiv nicht getan haben. Der Gefühlszustand unserer Gegner entscheidet dabei, was das Ziel des Angriffs ist. Es könnte sein, dass unsere Gegner auch einfach nur Ressourcen stehlen oder uns selbst quälen möchten. Das sorgt natürlich dafür, dass sich die gesamte Welt von Sons of the Forest deutlich lebendiger und natürlicher anfühlt. Und wo wir jetzt gerade beim Thema Gegner sind, davon soll es auch jede Menge neuer geben, die man auch schon im Trailer gesehen hat. Einige der alten Mutanten haben es allerdings aus verschiedensten Gründen nicht wieder erneut ins Spiel geschafft. Eine weitere große Neuerung ist, dass wir selbst dieses Mal auch KI-Begleiter haben können, wenn wir das möchten. Denn neben uns hat unser Mitstreiter Calvin auch den Helikopterabsturz überlebt. Allerdings hat er sich eine Kopfverletzung zugezogen. Jetzt können wir ihn mit auf unsere Reisen nehmen und ihm verschiedene Aufgaben geben. Auch das Farmen von Ressourcen, was den typischen Ressourcen-Grind stark abschwächt, ist möglich. Allerdings müssen wir für sein Wohlbefinden mitsorgen. Sonst könnte es sein, dass auch Calvin ziemlich mies drauf ist. Wenn ihr keinen Bock auf ihn habt, dann könnt ihr ihn auch einfach umlegen und könnt alles alleine erleben. Auch bei der Map erwarten uns viele Veränderungen. Allen voran die Größe, denn die neue Map soll etwa vier bis fünf Mal so groß sein wie die Map aus dem Vorgänger The Forest. Zusätzlich gibt es ein Jahreszeiten-System, was dafür sorgt, dass die Map im Winter mit Schnee bedeckt ist oder im Herbst sich die Blätter der Bäume orange färben. Auch die Fauna soll auf den Wechsel der Jahreszeiten reagieren. Was bedeutet, dass zum Beispiel Schildkröten im Sommer ihre Eier legen, was uns in jeder Jahreszeit verschiedene Nahrungsquellen ermöglicht. Für mich klingt das alles schon echt sehr, sehr vielversprechend und ich bin gespannt, wie es sich letzten Endes spielt, wo die Story uns hinführt und welche Geheimnisse wir dieses Mal aufdecken werden. Vergesst nicht, am Donnerstag ab 10 Uhr zum großen Special-Livestream auf www.twitch.tv slash gtmtv einzuschalten und jetzt würde ich sagen, seid ihr aber dran. Lasst gerne Bewertungen da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr euch von Sons of the Forest erhofft. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!